Ich geh jetzt hier die Treppen rauf, ich hab keine Lust mehr. Außerdem vergesse ich immer, wie man hier irgendwie was macht. Laufen oder sowas. Von da sind wir gekommen. So, nochmal. Es hat ja eigentlich gut funktioniert. Bis wir dann halt irgendwie wieder in diese Ärztekammer gegangen sind. Okay, wir gehen jetzt hier direkt hin. Ich bin gut, danke. Wie geht's dir? Shut the fuck up. Okay. Jetzt haben wir wieder die Todesspritze hier. Guck mal hier. Wir waren jetzt natürlich ein bisschen schnell. Ey, was mich so dermaßen stört ist, wenn du hier Deckung machst und einmal nach unten klickst, ist er sofort aus der Deckung raus. Das ist ein bisschen übertrieben. Manchmal ist man wegen der Kamerastaurung so ein bisschen irritiert und drückst du ihn leicht nach unten und der ist weg von der Deckung und das ist doch scheiße. Wie lustig. Wie lustig. So, okay, ich hab nichts gemacht. Das sah lustig aus. War nicht schlecht. Und wer ist das hier? Gehört das zu irgendeinem SM-Club an? Er nimmt mich ein bisschen an Hinkebeine aus Pulp Fiction und so. Okay, der Typ ist der Typ, der die Drogen klaut. Dem machen wir nichts. Warum sollten wir? Den sollten wir zwar auch töten, damit er es gar nicht anfängt zu suchen. Na, beim nächsten Mal, beim nächsten Mal mach ich das. Das verdient. Dachte, der stellt eigentlich keine Gefahr da. Aber da wir so schlau waren und aus der Deckung heraus platziert sind, war er dann hier, ne? Ah, ich hasse das. Dass immer Leute off und online gehen. Ich meine, das ist normal und so, aber, ne? Muss das sein? Ey. Ja, und manchmal dann gar nicht mehr aus der Deckung rausgehen, ne? Voll die Verarschung. So, schneller hier. Rein mit dem. Schnell noch Verkleidung. Ah, so sieht der also aus. Okay. Der Typ sieht uns jetzt um die Ecke. Wenn der sich umdreht, können wir da hin. Und dann, äh, platzen wir hoffentlich nicht aus unserer Deckung wieder heraus, wie letztes Mal. So. Bleibt bitte genau so. Ich frag mich nur, ob hat der uns gesehen, als wir hier dann raus aufgestanden sind, oder wer? Ach, jetzt wünschte ich mir, dass man hier so eine, ähm, nicht eine Deckung, so ein Ablenkungs... Ist das ein Lüftungsschacht? Nein, das ist so ein... Oder? Da hinten? Ne, das ist kein Lüftungsschacht. Das ist irgendwas auf Rädern. Irgendein Scheiß. Okay, der sieht uns sofort, wenn wir hier sind. Deswegen weiß ich nicht, weil wenn wir da hingehen, dann hat er uns sofort. Ich guck mal kurz. Aber ich weiß nicht, wie, wie das ist mit dem anderen. Wäre eigentlich cool, wenn wir den ablenken könnten, aber es geht ja scheinbar nicht. Aber was wir machen können, ist das hier. Warum war er so so familiar? Ich weiß nicht, dass die Frau aus der Hand ist. Ich weiß nicht, wie. Es könnte sein Dwayne gewesen sein. Es könnte sein jemanden. Okay. Ich weiß nicht, dass sie alles yours ist. Ja, okay. Okay. Wade ist da ein echtes Schacht. Schau sie schnell! Okay, Down heißt, wo genau ist er? Der Boss steht da jetzt auch herum. Wir können hier ganz schnell vorbei. Und hier auch. Und geht schnell in den Schrank. Wow. Okay. Okay. Finally. Finally, wir haben es geschafft. Das ist hier zumindest. Okay, da sind noch zwei. Ich weiß nicht, ob das da eine Tür ist. Ich hoffe, dass es eine Tür ist. Schade, dass es hier nicht so einen Move gibt, wo man die einfach so in den Schrank reinziehen kann. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Wäre ganz cool gewesen. Dann muss ich natürlich gucken, wer hier alles eigentlich ist. Weil sonst würde ich den jetzt auch hier ausschalten und mir ein kleines Risiko hier rausnehmen quasi. Potenzielles. Ich weiß gar nicht, der läuft jetzt gerade wo ganz anders lang. Okay, der läuft so im Kreis. Steht er da, guckt sich da um. Ich bin mir an Schur. An Schur bin ich mir. Und das Hauchen drängt aus dem Eichenschrank hervor. Ist das das Holz, das sich dehnt? Oder ist es ein Spanner mit einer Spritze? Ich glaube zweiteres. Der andere Typ soll sich umdrehen. Sehr gut. Und der soll loslaufen. Jetzt. Jetzt. Ich glaube, es ist ein Spanner. Fuck it. Oh, you should have seen him, man. Fissing himself. A grunt. Was ist das? I don't know. Fuck me. Sorry. Der hat doch gar nicht mitbekommen, wer das war. Huh? Hey, you found her yet? What's happening? Oh, we got the silent type. Must be Dwayne. Never says a fucking thing. But when he does... The sick bastard. So, you popped any nuns? Yeah, in what manner are you referring to? Now what? He seems familiar. Okay. Wir hauen hier einfach mal ab. Damit sind wir wenigstens ein bisschen hier aus dem Schnee, sage ich jetzt mal. Was auch immer das heißen soll, aus dem Schnee zu sein. Aber wir müssen uns auf jeden Fall beeilen. Rein damit. Hätte besser laufen können, hätte schlimmer laufen können. Weiter geht's. Spielen wir jetzt Victoria. Maria? Come on, what's the matter with you? I like it when you fight back. Come on. Fight back, girl. Fight back. Hey, Wade. I want to be in charge, too. Uh-oh. Papa's little boy. You've been waving that little thing around all day, haven't you? Shut up, Wade. Oh. You think you're a tough guy, Lenny? Hmm? Tough guy? Stop it. Come on, man. You tough guy? Come on. Come on, you tough guy? Come on, man. No. Come on. Okay. I'll show you. Shut up, bitch. Oh. Or I'll put a cap in your ass. Look out, everybody. We better make room for Limp Dick Lenny. Come on. You know what, Wade? Just fuck. Oh. Oh, God. Oh, my God. Oh. I got blood on my hands, Wade. Y'all see that? This is like pop like a watermelon. Ha, 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 ha. Lenny! Ha! I'll tell you what, Lenny. We better let the grownups clean up this. Hm, hm. Boys, keep watching. Nice job, Lenny. Nice job. Die arme Nonne. Okay, so we got the girl. Stay put until Wade says otherwise. No getting high. No, 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 no. I don't like this. I don't like this. Die Körner könnten außerhalb warten. Habt ihr gedacht? Wir sollten jetzt raus! Sie werden nicht! Wir wissen es schon. Ein langer Zeit, also relax! Okay? Wenn du ihn möchtest, ich will ihm, was du möchtest.